Ich freue mich somit auch einen mini kleinen Beitrag zum ganzen Preis zu tragen und Sie alle tragen einen großen Teil dazu bei. Also Sie alle, die schon ein Not gekauft haben, einen großen Teil, dann mit nur 10 Euro gewinnen Sie vielleicht einen tollen großen Preis hier, aber das ist eigentlich der größte Gewinn. Der große Gewinn ist eigentlich, dass Sie mit diesen 10 Euro einen Baupflanzen in Israel. Also ich finde, das ist ein ganz kleiner Beitrag, den wir alle leisten können und gerade für meine Generation ist Israel ein Urlaubsland. Wir reisen heute gerne hin, ich reise da sehr gerne bei Kindern hin und eigentlich hinterfragen wir überhaupt nicht das Land. Also es ist einfach klar und für uns ist es selbstverständlich, dass wir dort Urlaub machen können, dass wir dort Party machen können, dass wir dort Spaß haben, aber das ist gar nicht so selbstverständlich, es ist uns eigentlich nicht klar und deshalb finde ich KKL so toll, dass sie eigentlich das Bewusstsein nochmal dafür stärken, dass wir unsere Natur pflegen müssen, dass wir darauf achten sollen, dass sie nachhaltig ist und unsere Kinder auch noch in Israel Urlaub machen können, dort vielleicht leben. Ein Teil meiner Familie lebt auch dort und deshalb finde ich es schön, dass ich hier dabei sein kann und wir alle gemeinsam so etwas Großes schaffen. Ja und ich freue mich, dass wir ganz tolle Partner haben, die uns hier begleiten und uns tolle Preise zu Verfügung gestellt haben. Und jetzt sind wir alle schon ganz aufgeregt, ja, kann, da steht vor der Tür, das eine oder andere ist auch ein tolles Geschenk, das sie verschenken können und deshalb würde ich sagen, wir fangen an. Also wer nicht da ist, ist nicht da. Nein, aber die Preise gehen an denen, der besuchen wird, als würde ich so das Preis kommen, ja? Also die Preise, wir haben Ihren Namen, Ihren Telefon nochmal abgegeben, das heißt die Preise kommen auf jeden Fall bei Ihnen zu Hause an, ob Sie jetzt hier stehen oder nicht, aber ich hoffe, Sie stehen hier und können Ihnen persönlich...